Auf Medien natürlich, deswegen bin ich ja da. Ich glaube, dass in so spannenden Zeiten Medien etwas sind, auf das ich mich jeden Tag neu freue. Ui, da gibt es so viele, dass mir jetzt momentan gar keiner einfällt. Aber Gebührendiskussion. Echoraum. Warum? Ja, weil das ist, was wir alles diskutieren. Ziehen wir uns alle in Echoräume zurück, wo wir im Social-Media-Bereich nur mit uns selbst und unseren Freunden kommunizieren und in diesen Raum nichts mehr eindringen. Christian Pöttler, weil er schon ewig ein Freund ist, weil er sehr professionell und visionär seine Medien entwickelt und weil er immer ein loyaler und guter Partner war. Fürchten tue ich niemand, weil es ziehen ja dann immer wieder die, die man temporär vielleicht fürchtet, auch wieder vorbei und weiter. Und insofern fürchte ich mich vor niemanden. Tradition, Verlässlichkeit und interessant. Verlässlichkeit und interessant. Auf Wiedersehen!